Herzlich Willkommen zurück zu Vampire Bloodlines. Wir haben beim letzten Mal das Astrolit haben wir geholt und müssen es jetzt zu Mercurio bringen. Das machen wir auf jeden Fall. Ich hätte ja auch gerne noch Medizin für ihn, aber die habe ich ja nun wirklich nicht gefunden. Achso, und ich würde auch gerne gucken, wir haben ja wieder drei Erfahrungspunkte. Ob wir die jetzt investieren wollen oder nicht, Schlösserknacken fände ich ja eigentlich auch ziemlich cool, wenn wir das noch ein bisschen besser könnten. Das wäre ein Geschick und Sicherheit. Wo zählt denn Geschick noch mit rein? Auch in Schleichen. Ja gut, Schleichen ist eigentlich so meins. Also Heimlichkeit. Hm. Hm, 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 hm. Das weiß ich noch nicht, ob das so gut ist. Oder wir gehen, warten halt doch auf mehr, dass wir dann nochmal sowas wie Manipulation haben. Also ich glaube, es bringt halt nichts, alles so ein bisschen oder fast nichts zu können. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man manche Sachen richtig gut kann. Wahrnehmung geht auf Fernkampf und Sinneswahrnehmung. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Also Wahrnehmung wäre vielleicht was. Wahrnehmung, Intelligenz. Das wären vielleicht noch so Sachen, die ganz interessant wären. Ähm, da brauchen wir aber vier Punkte für. Gut, vielleicht kriegen wir ja gleich noch ein paar XP, EP. Wenn wir dann da sind. Gut, dann müssen wir wieder ganz zurück. Ach, hier geht's zu den Prothesen. Da wollen wir nicht hin. Da wohnt keiner mehr. Ja, hier ist das, die Medical Clinic. Ähm, das heißt, ich bin schon wieder zu weit. Hier müssen wir rein. Folgen wieder dem Blut. Lebst du noch? Mercurio? Ich habe das Astrolith. Aber hallo. Sie haben mir keine andere Wahl gelassen. Ja, wir haben einen Erfahrungspunkt bekommen. Dann können wir gleich einen verteilen. Also, die vier verteilen. Oh. Nun, wir sind ein bisschen manipulativ. Und ich würde sagen... Nein, ich habe ich nicht gefunden. Tut mir leid. Tja. Was hat es mit diesem Astrolith auf sich? Ähm, okay. Was weißt du über dieses Lagerhaus? Vielleicht was? Vielleicht was? Was? Wieso das? Tunges liegen hoch, weil Therese. Therese Vormann. Du kennst sie? Anyway. Wird es, Therese und Therese sind feuten. Ich weiß nicht, die Details. Mike nimmt die Tung, die denkt, dass er überrascht wird. Also, er ist auf dem Boden gegangen, bis Therese es aufzunehmen. Wenn du das Lager in die Orbe, dann musst du Therese aufzunehmen. Dann musst du Therese aufzunehmen. Und was weißt du über diese Braut, Therese? Wo kann ich sie finden? Was kannst du mir über sie erzählen? Ich hätte eine Frage bezüglich jemand anderem. Jeanette Furman. Therese? Therese, ich mag nicht, aber ich kann sie respektieren. Jeanette ist anders. Ich weiß nicht, was von ihr zu machen. Sie ist ein bisschen, du weißt, in der Kopf. Ich weiß nicht. Therese ist, wie du. Und ich würde denken, so ist Jeanette. Aber ich höre Ruhmungen über sie. Gerüchte? All right. Jeanette hat ein Körper für Bettröme. Und ich habe nahe Beziehungen, die sagen, dass sie das Territory conquered haben. Aber ich fragte den Hauptmann, und er sagt, dass du die Typen, du weißt, kannst oder nicht, oder so etwas machen. Anyway, was sie ist, ich höre, Jeanette ist eine wilde Frau. Wie mit allem? Bertram Tang. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich möchte ihn. Was ist der shells? Ich will dich auf einen lokalen Legend. Ian Therese sembler, wie er diese Stadt war. Er ist kraftvoll, es ist ein nice Mann. Ich habe nichts Bad über ihn. Oh, exact. Dich. Was muss man sagen? Ich kann nur alles, was jeder will, in irgendeinem Zeit. Man kann sagen, es ist mein Geheimnis. Du bist der Astralite. Es war nicht nichts, was ich nicht so handeln konnte. Na gut, da ist ein paar Sachen verloren. Aber in der fromtvede, eine große Apple kann die zurückkommen. Ich liebe L.A., aber was sollst du tun? Okay, Leute, haben wir jetzt alle durch? Ich habe noch ein paar Fragen zu Santa Monica. Erzähl mir von denen, die in Santa Monica was zu sagen haben. Okay, da kennen wir noch keinen. Alles klar, haben wir noch mehr? Ach, ne, war die falsche. Nein. Äh, eins. Okay, weißt du, wo ich ein paar Waffen herkriege? Once I stopp leaking my guts out, I'll be back in the game. I can get some specialty stuff, but it's gonna take some time. If you can keep quiet about the Astrolight deal, I'd be willing to supply you. Danke. Okay. Alles klar, dann hätten wir das erledigt. Gucken wir doch noch mal hier drauf. Gucken wir mal hier erstmal rein. Ein explosiver Anfang. Mercurio hat Ihnen von einer Lagerhalle erzählt, die vom Sabbat benutzt wird und infiltriert und zerstört werden muss. Nur hält sich Bertram Tang, der Einzige, der sie da reinbringen kann, wegen einer Fäde mit Therese Furman, der Besitzerin des Asylums, versteckt. Um an Tang zu kommen, müssen sie irgendwie die Fäde beenden. Klingt gut. Karneval des Todes. Sie haben den Tatort-Ampie angesehen, konnten aber nichts Besonderes über den Mörder herausfinden, außer dass er besonders brutal und bestialisch vorgeht. Das ist doch ein anderer Mörder. So. Und da war noch mehr. Mercurio ist qualvolles Dasein, braucht starke Schmerzmittel. Quib braucht Drogen. In der Klinik gibt es bestimmt einen Medizinschrank und jeder Menge Zeug. Ja, 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 aber da kamen wir ja nicht rein. Ähm, Schlüsselknacken ist ja nicht so, Schlösserknacken ist ja nicht so meins. Ach, ich wollte doch skillen. Ich wollte doch skillen. Oder wir müssen doch Schlösserknacken nehmen. Ich glaube, das könnte halt extrem hilfreich sein. So Schlösserknacken ist eigentlich immer eine gute Sache. Auf der anderen Seite, ja, ist Wahrnehmung natürlich auch nicht schlecht. Für Fernkampf nochmal. Intelligenz ist natürlich auch gut für Recherche und Einschüchtern. Aber ansonsten bleiben wir halt da ja eher auf der Verführungsschiene erstmal. Wir müssen ja auch nicht alles davon wirklich können. Na, oder halt doch Schlösserknacken. Sicherheit geht nur in Schlösserknacken. Ah. Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig. So viele Möglichkeiten. Das ist echt ein Problem. Tja. Wir können auch die Sachen hier noch. Disziplinen, die vergesse ich sowieso dann immer einzusetzen. Ah, das könnte ich natürlich auch mal herviger einsetzen. Wir könnten auch gucken, dass wir Hacken vielleicht verbessern. Wobei, mit Hacken sind wir gerade noch ganz gut dabei. Apex. Apex ist natürlich auch nett, weil wir damit ja dann besser Schlösser knacken können. Dann bräuchten wir aber noch einen Punkt mehr. Oh, da bin ich. Geistesschärfe könnten wir auch auf drei heben. Beteiligung im Kampf und Hengen würde damit noch mal ein Leben erhoben werden. Nachforschung kostet sechs. Akademisches Wissen ist natürlich auch nicht schlecht. Dann machen wir Recherche und reden höher. Ich fühle mich da fast, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Hier wäre jetzt Fernkampf und Sinneswahrnehmung noch mal betroffen. Von Wahrnehmung. Wir nehmen Wahrnehmung. Das kostet jetzt drei, damit es noch mal vier kosten. Hm, 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 hm. Aber ich würde es jetzt halt schon gerne verteilen. Ich weiß halt auch noch nicht so ganz, wie wertvoll sind noch Erfahrungspunkte. Wie viel kriege ich mehr? Also, wie viel kann man hier am Ende ausfüllen? Wie viele Böppelchens? Das ist dann ja auch die Frage. Und es ist gut, manche Sachen gar nicht zu können. Oder sollte man alles ein bisschen können? Also, wenn ihr das wisst, gerne noch mal in die Kommentare schreiben. Also, ab und zu mal in Fernkampfschusswaffen sollte ich halt machen. Das ist klar. Fernkampf hat jetzt aber gut funktioniert, fand ich. Da sehe ich jetzt eigentlich noch nicht so die Notwendigkeit. Das heißt, wir gehen jetzt tatsächlich auf Sicherheit. Ich denke, das könnte sich auszahlen. Meine Güte, das war eine schwere Geburt. Das war eine schwere Geburt. Und ich würde gerne noch mal gucken, wie gut ist denn jetzt unser Schlösserknacken? Unser Schlösserknacken ist jetzt bei zwei. Ich würde gerne einfach hier noch mal reingehen. Wegen der Drogen. Da, meine ich, war doch noch irgendwas, was offen war. Hatten wir, mit dem hatten wir doch jetzt abgemacht, dass wir hier sein dürfen, oder? Zählt das noch? Gab's doch eine, wo man nicht rein konnte. C-S Prescriptions Okay, der stört sich wirklich nicht an uns. Ja, da wollte ich gerne rein. Was brauchen wir da? Drei. Dann können wir doch jetzt einmal Apex machen. Weil das Blut macht. Ne, Apex. Moment. Apex. Können die Auren der Leute sehen? Ne, 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 ne. Dann war es Präsenz. Jawohl, Präsenz. Ne, tödliche Furcht. Ach, wer ist woanders? Blutmacht. Was Blutmacht? Nein. Ich lade nochmal neu. Ich drücke immer Rechtsklick zum... Ich drücke immer Rechtsklick. Das ist nicht gut. Das kostet uns einfach nur Blut. Das ist echt nicht gut. Aber okay, so funktioniert es jetzt. So kommen wir rein. Hallo. Blutmacht. Jetzt muss ich noch gucken. Dass der nämlich mich nicht dabei sieht, wie ich jetzt hier ein Schloss knacke. Das findet er bestimmt nicht so lustig. Deswegen gehen wir bitte weiter. So, jetzt... Rechtsklick. Und... Ja, das findet er nicht so gut. Okay, okay, okay. Dass der auch gleich schießen muss. Tag. Okay, wir müssen jetzt einfach warten, bis der hier einmal komplett rumgelatscht ist. Ich hoffe, dass wir dann hier hilfreiches Zeug finden. Da ist nämlich der Medical Safe. Da wollen wir ran. Oder kann ich ihn eigentlich auch aussaugen hier? Das müsste doch eigentlich funktionieren. Ah. Ha, ha. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Können wir den... Hab ich schon. Ich hatte ihn schon ausgesaugt. Ach so. Okay. Der zweite, oder bleibt er stehen? Ich will ihn ja nicht töten. Okay. Dann... Rechtsklick. E. Erfolg. Okay. Ah, der ist auch zu. Fünf. Ah, da kommen wir nicht ran. Hatte ich vielleicht letztes Mal schon festgestellt. Nee, dann bringt das ja mal gar nichts. Brauchen wir denn eine Fünf für den Medical Safe? Okay. Dann lade ich nochmal. Dann brauchen wir da entweder ein Passwort. Können wir den nicht sonst noch irgendwie bezirzen? Sonst da vielleicht mal aufmacht? Du kannst dich selbst rauslassen. Nochmals, danke. Ja, nee, das geht nicht. Da gab es hier noch irgendeinen... Ich versteife mich ja gerade bestimmt einfach zu sehr drauf. Hier bei mir nochmal ein Rechner. Habe ich den... Habe ich den schon gemacht? Bestimmt, oder? BM-Tür, BM-Schrank. BM-Tür. Schwierigkeit 4. Hm, okay. BM-Tür. Dann machen wir... Achso. Den. BM-Tür. Tür. Hacken. Okay, das geht damit nicht. Das geht damit nicht. Da hätten wir doch Hacken lernen müssen. Ah! Hätte ich doch Hacken lernen müssen. Okay. Schade. Also ich glaube, der Schlösserknacken war jetzt ein bisschen verschenkt. Aber vielleicht hilft er uns ja. Oh, vielleicht hilft er uns ja irgendwann mal. Gut. Also mit Hacken 4 können wir da wahrscheinlich dann auch ran. Ah, das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Ich hätte doch Hacken nehmen müssen. Von wann ist denn mein letzter Spielstand? Gab es da vorne nicht noch irgendwie so ein Save? So ein Quick Save. Ich probiere den nochmal. Ne. Noch ein bisschen weiter vorne. Autosave. Der war nur 5 Minuten. Ja, das tut mir da ein bisschen leid, wenn wir jetzt hier wieder so ein bisschen... Aber... Ah, das ist dann halt, ne? Wenn man das Spiel nochmal... Genau, hier hatte ich... Hier bin ich rausgegangen. Genau. Sicherheit nicht. Okay, dann gehen wir auf Hacken. Da gehen wir dann, glaube ich, doch auf die... Ne, Geistesstärfe kann ich noch nicht. Aber Computer könnte ich. Zack. Dann sind wir nämlich bei 4. So, und das machen wir jetzt noch, weil ich jetzt hier so viel rumgeeiert habe in dieser Folge. Das machen wir noch. Dann müssten wir hier nämlich jetzt reinkommen. Damit müssten wir nämlich sowohl die Tür als auch dann den Save aufkriegen, hoffe ich. Sehr cool. Was ist hier? Das ist Security. Moment, war ich... War aber doch noch nicht. Kamera, help quit. Okay, nee. Kamera brauchen wir nicht. Ich möchte eher... Maintenance. Ja, ist. Da wollten wir rein. So. B... Äh, Minus Tür. Dosierung. Entriegeln. Entriegeln. Tür entriegelt. WM-Schrank. Ah, braucht ein eigenes, oder? Dosierung. Geht das? Nee. Gucken, ob das passt. Geld. Okay. Entriegeln. Betäubungsmittel-Kamera zur Sicherheit aktiviert. Betäubungsmittel-Kamera zur Sicherheit aktiviert. Das heißt, die müssen wir noch deaktivieren. 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 Kamera. Die kriegen wir jetzt vielleicht nicht. Doch. Kamera. Eins. Entriegeltmittel-Kamera deaktiviert. Aus Sicherheitsgründen wurden alle anderen Kameras automatisch aktiviert. Kamera. Zwei. Arzneimittel-Kamera deaktiviert wurden alle anderen. Okay. Mal gucken. Könnte funktionieren. Achso, hier kommen wir jetzt rein. Da ist ja nichts drin. Hm. Hallo. Und der ist noch zu. Ich dachte, das wären die, aber dann haben wir nur... Haben wir die hier deaktiviert. Und da waren wir ja schon dran. Enttäuschend. Einfach enttäuschend. Ah. Schade. Den kriegen wir also nicht. Da kommen wir tatsächlich nur mit dem Schlüssel. Oder mit... Entsprechend... Dem Schlösserknacken rein. Aber gegen Schlösserknacken habe ich mich jetzt nicht entschieden. Wir bleiben jetzt bei Hacken. Ich werde das nicht nochmal neu laden. Ja. Schade. Na gut. Wo kam ich jetzt hier raus? Hier nicht. Dann gehe ich jetzt einmal auf die Straße und da können wir dann beim nächsten Mal dann weitermachen. Na, ist ein bisschen schade, dass das hier nicht geklappt hat. Aber gut. Ist wie es ist. War ich jetzt gar nicht so eine erfolgreiche Folge. Aber gut. Wir haben neue Missionen und da werden wir uns dann das nächste Mal drum kümmern. Bis dann.